Hallo, alles gut bei dir, Luke? Bei dem ist alles gut, ja. Und bei dir, Miguel? Bei dem auch. Luke, kennst du mich noch? Ich hieß damals anders, ich hieß Luffy993. Du wirst dich doch kennen. Wir haben uns auch mal kennengelernt in der Sauna, weiß nicht mehr. Junge, ich kenn deine Stimme irgendwoher, Digga. Nein, das glaub ich nicht. Der ist hier Ding, der macht immer diese Clips auf TikTok. Nein. Hä, wer bist du? Ich bin's, Luffy. Ich kenn die Stimme sofort, Digga. Ah, ich kenn den. Der macht auch hier diese kleinen Mädelzimmer an. Das stimmt nicht, klein sind sie nicht, die sind 50. Der haut sie seine Sprüche schon so raus, ja. Ja, und diese Mädchen finden die nur süß wegen seiner Stimme, gell? Nein, nein, weil der so komisch lacht, Digga. Der übertreibt doch immer, der scheiß immer direkt rein beim Lachen, ja. Der macht immer den hier. Alles gut, also ihr verwechselt mich, glaub ich. Digga, ich glaube dieser stiller Junge, der ist richtig spät in diesem Game, ja. Bam! Jaja, mach mal laut. Das bin ich nicht, ich kann nicht, mein Onkel schläft. Oh, kein Fallschirm. Was? Der hat kein Voll-Damage bekommen, Digga, bei dem du die Pickel ausrücken musst, ne? Also bitte, das geht ein bisschen zu weit jetzt, oder? Hab einen? Kann ich hier Fahrrad nehmen? Geht nicht, oder? Geht nicht, geht. Geht das nicht? Scheiße, ich sterbe, wieso konnte ich nicht nehmen? Ich schaff das nicht. Es war schön mit euch. Wieso konnte ich das Fahrrad nicht nehmen? Was ist das für ne Kaka? Kaka, die Popo. Oh mein Gott. Es schaff das echt noch, Digga. Wenn du jemanden gleich holst, dann mach mal dieses Bam, was du immer machst. Aber dann muss ich das doch 50 Mal machen, weil ich hol 50 Leute jetzt. Was für 50 Leute holst du, Junge? Du hast nicht mein Kind. Ähm, ich bin noch nie gestorben in Fortnite. Stille Junge. Warte, komm mal her, ich hab Bam für dich, dann kriegst du noch das hier. Stille Junge. Ja. Du sagst ja, dieser Mr. Neese ist ja nicht dein Freund oder so. Genau, genau. Mr. Neese. Ja, keine Ahnung, wieso ist er dann noch im Spiel drin? Weiß ich nicht, der schaut uns zu. Kannst du Deutsch, Mr. Neese? Ja. Ah, okay, okay, er kann Deutsch. Digga, die gehören zusammen. Die haben doch beide eine halbe Stunde erstmal darüber gesprochen, was er für Witze erzählt. Nein. Jungs, ihr habt reingeschissen. Was willst du die Krone haben? Ja. Du glaubst, wir gewinnen das oder was? Hä, easy. Natürlich gewinnen wir das. Ja, ich bin noch nie gestorben in Fortnite. Stille Junge, holt uns den epischen Säcke. Danke, du bist voll nett. So, Mr. Neese. Hast du eigentlich schon mal dein Gesicht gezeigt? Nein. Bist du denn deine Freunde überhaupt, dass du TikTok machst? Ich hab keine Freunde. Warum hast du keine Freunde? Weiß ich nicht, ich hab keine. Digga, du redest aber auch wirklich so wie in deinen TikToks, Junge. Aber so bin ich geboren. Du redest original wie ein deutscher Digga. Ich bin auch Deutscher. Du redest so richtig, als ob dich jemand einschüchtern würde, ja? Der, ich bin doch kein Ärger. So, jetzt geht's ab. I got her to go to bed. Okay, dass wir Gegner. Oh mein Gott! Was hab ich eigentlich? Mungral, Litchi, was ist das für Namen? Ey, ich bin mir zu 200% sicher, kommt ein echter Gegner, bist du weg vom Fenster. Ja, aber ich bin nicht am Fenster. Na gut, ich setze mich mal hin, dann kann ich besser spielen. Guck jetzt. Zock ist im Stehen normalerweise, oder? Ja. Nicht jeder kann im Sitzen stehen. Im Sitzen stehen, genau. Oh, das ist ein Gegner? Ich würd so gern wissen, wie alt der Hesse-Typ. Oh, an dem seine Stimme hat sich auch in den letzten fünf Jahren nicht verändert, Digga. Der war gut, du hast mich kurz zum Lachen gebracht. Müsst er Nisse? Ich kann nicht was einsammeln. Ich bin nicht fertig, ich mich genieße. Weil, ich hab schon... Ey, Gegner, 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 Gegner! Alles gut, bau dich ein, ich wach schon, bau dich ein. Was für bau dich ein, Junge? Chill, ich komm schon. Steh dir an. Wie viele sind das? Ich bin schon da. Warum willst du da still, Junge machen? Ich komme, ich bin stecken wie beim Zug. Ey, was haben die für komische Dinger? Einen Wonshot mit Brown in der Kräne. Einen Trippelkotter in der 90. Ich bin getribelt mit der Kräne. Okay, mach den ein bisschen Brown in der Kräne, mach den ehrlich. Oh mein Gott, was hab ich mir dargestellt? Lukas, geh mal raus aus der Stunde. Ich bin nur da Nils. Ich? Ich? Ich hab in mir. Ich heiße Alfred Geister. Jawohl! Luke? Modric hörst du mich? Modric? Modric. Kann ich den Witz erzählen, den ich selber gefunden hab? Erzähl. Mach mal, komm. Also. Ey, hat der gefurrt zuerst mal? Ja, nicht schlug, das musste raus. Ähm. Wie ruft die Fliegen-Mama ihre Kinder zum Essen? Keine Ahnung, wie ruft sie? Digga, ich hab nur Fliegen verstanden, ne? Ich hab Fliegen-Mama verstanden. Wie ruft... Wie ruft die Fliegen-Mama ihre Kinder zum Essen? Boah, was... Ah, da hast du genau zugehört, ne? Nicht Freund von schneller Junge. Ja, gell? Das weißt du genau. Ja, weiß ich auch. Und jetzt? Keine Ahnung. Die Witze sind die... sind die gerade... 30 Mal durchgegangen, ja. Haben geguckt, wie oft der lacht und wenn der... Wenn die wahrscheinlich gehen... Langsam, langsam. Sehr hoch ist das Lacht, Digga, dann benutzen die die Witze. Warte, warte, erzähl diesen Witz, erzähl diesen Witz. Okay. Nochmal. So, wieso? Nein, nicht so. Ja, jetzt. Wie ruft die Fliegen-Mama ihre Kinder zum Essen? Also, wie ruft die Fliegen-Mama ihre Kinder zum Essen? Ja. Keine Ahnung, sag's mir. Kommt Kinder, die Kacke ist am Dampfen. Der ist nicht schlecht. Warte, bei mir ist ein bisschen Bräune in der Kräne. Bei mir ist ein Gegner. Oh, der Arme! 180... Oh, der hackt. Okay, der hackt. Wenn ich jetzt sterbe, hackt der. Hilfe, der hackt! Hilfe, der hackt! Weil der fast tot ist, Digga. Der hackt wirklich! Also, ich kann zwar nicht sterben, aber der hackt. Hypnesie, mach einfach mal. Bam! Hohoho! Habt ihr den? Oh mein Gott, wir haben's geschafft! Ich sag doch, ich gewinn immer! Ey, stille Junge, mach noch einen Tisch. Mach noch einen Witz. Was ist ein Tisch? Mach noch einen Tisch! Mach noch einen Witz. Lass mal noch eine Runde machen, komm! Ich sag noch einen Witz. Kennst du Fadig Bang? Ja, ja, ich bin keine Lager mit dem. Lass zocken. Warte, Mr. Nice. Ich äh dich mal. Irgendwas ist Probleme. Wie könnte ich alle breit machen? Was, ihr wollt alle... Wieso beide rausgegangen, Digga? Er sagt, warte, Mr. Nice. Wollt ihr auch in dem Video dabei sein? Auf jeden Fall. Okay. Wann kommt das Video? In zwei Tagen. Was arbeitest du? Nein, ich arbeite als Friseur. Hä? Was frisierst du? Deinen Mofa? Nein, was geht denn bei dir? Du, voll gemein. Lass ich anzeigen. Kann dein Onkel mal reden? Ja, kann ich. Ach du Scheiße, Digga. Der sagt ja, meine Stimme hat sich seit drei Jahren gleich. Knapp. Aber ist ja auch so, oder? Ich müsste da übelst lachen. Ich sag ja, meine Sachen waren schon lustig. Ja, um diese Uhrzeit. Da müsste ich eigentlich live gehen. Beste Uhrzeit.